Okay, wir sind alle hier. Niemand muss das Radio rausnehmen, Luke. Was ist das Problem? Wir sollten wahrscheinlich herausfinden, wer was macht, bevor wir... Zeit, um zu gehen. Die Sonne färben. Sie lassen dich schlafen, um alle Dinge zu erinnern. Wo ist mein Vater? Er ist, wo die Rest von dir gehen. Um zu arbeiten. Rebekah, Nick, Sarah, Jane... Wenn du einen Schlafen hast, mach es jetzt. Der nächste Schlafen wird nicht für einen Moment. Troy wird für die Rest von dir kommen. Warum nur sie? Wie gesagt, Troy wird für die Rest von dir kommen. Wie gesagt, wenn wir etwas machen müssen, müssen wir es jetzt machen. Und wenn Luke es all we got, dann können wir ihn zusammen. Ich kann das machen. Wo ist die Gespräche? Mike. Ja? Clementine sollte das machen. Wer ist fucking schlafen? Kein Ausrüstung. Aber, das ist verrückt. Wo ist die direito? Wer weiß. Sie hat das ganze Radio für uns in der ersten Zeit. Und ich bin sorry, Mike, aber ich weiß nicht du von Adam, okay? Und wenn ich jemanden zu tun, um etwas zu tun, das wichtig ist, dann ich sie zu tun. Kenny ist richtig. Ich sollte es tun. Geh nicht etwas dumm, nur um einen Respekt zu bekommen. Sie braucht keinen Respekt. Gib mir die Radio. Okay, kleine Schöne. Wir kommen zu Pecken. Okay. Und nicht heute, wie es heute ist, wie es gestern. Keine Worte. Keine Worte. Dieser Röster wird alle Sekunden des Tages beurteilen. Du hörst? Hast du das? Ich bin Angst, dass ich eine Antwort brauche, Frau. Ja, Herr. Komm schon. Oh, du hast deine Schäden alle raus. Ich werde deine Tagen alle auf etwas schrauben. Anstatt einfach ihr zustecken, während sie da lang geht. Hey, sie ist mit mir? Oh, verdammt. Ich habe es fast vergessen. Ja. Also, geh sie dann. Ich will sie nicht. Warte, warte. Was ist passiert? Nichts. Nur Schöne von einer anderen Art. Komm schon, City Mouse. Kannst du nicht ihr einen Freude zerstören? Sie würde wirklich lieber mit uns halten. Menschen, die sie weiß. Es ist nichts, das sie verhörte. Okay. Es ist okay. Komm schon. Ich wollte nur sicher, dass du okay bist. Ich glaube, dass du dich nicht glaubst, wenn du mir über Reggie erzählst. Ich rief und schaute Bill, wenn ich dich verhörte. Ich dachte, dass er, wenn er es getan hat, dass er eine Art von Begrüß hat. Aber Bill war einfach so ein Matter-of-Fact. Wie er ein Weed oder so gemacht hat, wie es sich gemacht hat. Und das war nur ein von diesen Momenten, als dein Blut fliegt. Die Pimplen, auf und auf deinen Arm. Denn die Person, die du glaubst, nicht da war. Du fühlst dich nervös, Clementine. Was ist das Problem? Du weißt, du kannst mit mir sprechen, nicht wahr? Ich war falsch, als ich dich zu treffen habe. Aber ich versuche auf alles, Holy, das wird niemals wieder passieren. Du kannst mir glauben, Bonnie. Luke ist wunderschön für mich, um das zu ihm zu geben. Er braucht es. Clementine! Und all I need from you, is to just not care where I am, for 15 Minuten. Wenn du dich verletzt und du mein Name mentionierst, Carver wird die Least von deinen Problem. Okay? Also, was du wundernst? Das ist viel zu auffällig. Oh, der tolle Typ. Du solltest gehen. Bill mag nicht leidige Hände. Und da kann ich es. Oh, der ist für mich. Lange nicht mehr gesehen, okay. Ja, okay. Ich habe auch lange nicht gescreed. Ihr müsst euch dann diese Sachen drehen. Ich liebe euch, diese Arschladungen Sie vielen Gen��. Luke! Luke! Luke, es ist ich, Clementine. Es ist sicher, rauszukommen. Das sieht wirklich alt aus. Er ist wahrscheinlich gut. Luke, wo ist er? Luke, wenn du... Fuck, ich versuche zu Gott, du wirst du das schreckt. Ich würde... Du solltest nicht hier sein sein. Du Leute sind hier ein fucking Tag, und du bist schon auf. Will du warten und sehen, was passiert? Move! Hey! Get over there! Und wie ist es, dass wir uns für unsere Vertrauen... mit trechern? mit deceit? mit theft? Was passiert? Ich weiß nicht, Clem. Was, was du planst, ist vorbei. Es ist fertig. Du kannst nur weg von deinen Problemen. Du kannst nur auf und weg, wenn es schwer wird. Du kannst nicht weg, wo es nicht weg ist. Du kannst nicht weg, wo es nicht weg ist. Du kannst nur auf und weg, wenn du kannst. Du kannst nur auf den Schreien. Ich gebe ihm das Radio, weil er macht das ernst. Ich wette auch, Mike hat sie uns verraten. Clementine, du musst das machen, Bill! Nein, stop it! Kenny, Kenny! Bitte, bitte, stop! Bitte! Nein, 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 nein! Bitte! Bill! Das ist genug, Bill! Bitte! Bitte! Bill, da ist ein Bruch! Okay, alle kommen mit mir. Bonnie, du steigst hier. Sicher, dass diese Leute nicht mehr in den Schmerzen kommen. Ja, okay. Kein Essen für dich heute Nacht. Vielleicht ein leckeres Lachstück wird dir ein bisschen Perspektive geben. Und wir versuchen das morgen wieder. Ich frage mich auch, warum niemand ihn einfach erschießt. Die haben alle Waffen. Mach dein Bestes mit ihm, Carlos. Du musst ihn umsetzen, um zu移ern. Weil wir heute Nacht verlassen. Wir verlassen heute Nacht. Ich frage mich auch, wenn wir die P.A. Ich frage mich auch, wenn wir die P.A. Es ist nicht großartig. Was bist du? Schau, ich weiß, dass das ein Teil meiner Meinung nach ist. Ich weiß, ich war's, 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 und ich war's. Warum ist es nicht großartig? Weil wir die meisten von uns sind zu schmerzen, oder zu schmerzen. Und in der Grund, das ist es riskierend. Es ist ziemlich riskierend, Leute. Risierend? Siehst du was, was dieser Scheiße gerade gemacht hat? Ich weiß, der Plan funktioniert. Nichts muss sich ändern. Und es ist alles fertig. Das Schmerzeste ist fertig. Dieser Mann ist schmerzhaft. Wer weiß, was er zu tun hat? Ja, aber jetzt sind wir mit einem Mann zu schmerzen. Sarita, in no shape, zu tun, und ich bin ein verdammter Schmerz. Schau, wir sollten aufstehen, okay? Wir sollten uns Zeit nehmen, und wir sollten warten für eine Eröffnung. Die Körper ist bereit, um uns zu helfen, heute Nacht. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr eine andere Nacht machen können. Ich weiß, Leute, Luke macht Sinn. Vielleicht sollten wir warten. Wir sind nicht wundern. Nichts ist da, Leute. Ich glaube, ich habe es gesehen. Es gibt keine Essen. Es gibt keine Zettbewerbs. Es hat alles gut gemacht. Ich sage nur, wir müssen uns zu fühlen sein. Das ist zu fühlen. Wie ist Kenny? Doktor ist da, sie arbeiten an das. Ich sehe nicht gut. Das ist das, was ich spreche. Er wird okay sein? Sein Orbital ist verletzt. Ich glaube nicht, dass es viel Hoffnung gibt für den Augen ist. Ich habe ihn so stabil als ich konnte. Ich habe ihn verletzt, habe ihn ein bisschen verletzt, ich habe ihn bestätigt, aber bis er erinnert, wir wissen nicht, ob es sich für den Gehirn gibt. Fuck. Okay, schau mal, vielleicht bin ich nur mit dem Gehirn gewinnen, aber wenn... Damn, wenn ihr alle sehr ernst sind, dann müssen wir anfangen zu sprechen, vielleicht über die Leute hinterlassen. Nein! Es gibt keine andere Weise. Das ist scheiße. Ich mag es auch nicht, aber du weißt, was? Es ist, wo wir sind. Kenny und ich sind nur hier wegen von euch. Und jetzt wollen wir uns hinterlassen. Also sollten wir alle Leben riskieren? Was sagst du? Nichts. Ich denke hier. Das ist nicht so laut hier. Kenny would want us to go. How can you say that? After all he's done for you. That's why I know he'd want you safe. He'd want us all safe. It's what he'd tell us if he could. It'd be something like that. I'm alright, hun. We leave tonight. Plan don't change. Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You alright? That wasn't your fault, okay? I'm glad you're okay. Me too. If you can call this, okay? Alright. Well then what now? We get the hell out of here. Like now, now? Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it. We need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a civil war site a few miles north. Tourist traffic. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. Alright. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that. Clementine. Wait, wait. Hold on. She's the plan? I'm gonna need a boost. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Oh man, I'm so excited. Okay. Because I'm really worried about what's going on. vielleichtabl Claus. But he doesn't. Who knows how it's done. What is going so slow? What has been so slow?! What so slow?! What's going so slow?! What is going so slow? What's going so slow?? ich bin so angespannt ich bin nicht bitte nicht Perfekt Und jetzt die Mic Was? Was ist falsch? Nein, 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 wo sind sie? Nein, 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 nein Du hast die Projekt, wir haben die Show-House. House! Von Charcoal-Riquette zu Propane-Ding, House hat all you need to make your day special. This week only, Kennedy leaf blowers are 22% off. House, that's for a deal. You want to disrespect me? Fine. You want to throw away the life I'm trying to build for us all? It's fucking fine. You want to run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine, be my guest. But I will put a bullet in you and that baby, before- Get back! Come on, Luke. This ain't none of your business. This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Just shoot him. What? No, I just... Ugh! Go on and wait outside. Ich kann ihn vollkommen verstehen, muss ich ehrlich sein. We have to go. Can you please? I only need a minute. Go on. You don't need to see this. Black girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. We don't have time for this. I'm making time. Look at you. You fucking ingrates. You don't even know how good you got it. That's alright. You'll learn. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Fucking big man now, huh? No. I'm not letting you see this. It's not your decision. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than the rest of them. Come on. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. I should have put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. Let the fuck look at that bitch. Don't act like you didn't love every second. You got a knife. 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 Danke. Du kittin? If Clem can handle it, you can. Shit. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here. You're gonna need something. Thanks. You guys better hurry up and get to smearing if you want to live. Or you can die here. Doesn't matter. Don't. Do it quick. You need to get covered before the rest of them get closer. We're fucked. This isn't gonna work. I'll go first. You're gonna put that on yourself? We have to, Sarah. Okay. Now you. Turn around. I'll go first. Shit. Everybody should be okay, Harry. Just stay still. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost all. What in the actual fuck is going on here? What is this sick shit? Someone say something before I start- Hey, hey, hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we- AAAAAAAAHHHHH! You shot my dick up! Come on. Don't make any noise. Got it? You might hear something they don't lack. And for fuck's sake, walk. Act like you belong. And you will belong. Get out of here! Get out of here! I need more ammo! Oh, how cool. We got this, you all. Is that Tati? Where's Bill? We need him up here! Stay calm. Shh. We're gonna be okay. Don't lie! I need more ammo! Watch Sarah! Why are you funny? Clementine, come help me! Call her down. Please, just say something. You're a friend. Clementine, you go! Dad! Dad! No! Dad! Take one. Just leave one. Sara! Jane. She had to help! We can't get to you, baby. забreg Gomik! Sara, shut up! Sara! Did you...? Ha! We can't make any easier juice. Look if Didn't you? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Richtig, aber so richtig, weil ich weiß, das wird jetzt so sein wie mit Lee und das wird richtig doof, wird mir nicht gefallen. Und, ach, egal. Egal. Oh, das sieht nett aus, das Hintergrundbild jetzt. Gut, ähm, ich bin überrascht, dass 20 Leute mir zuschauen, ähm, ich bedanke mich einfach mal für alle Leute, die zusehen, 23 sind es jetzt angeblich, ähm, und ich sehe sogar, dass der Follower-Counter hochgegangen ist, aber ich weiß jetzt nicht, wer, ähm, gefollowt ist, weil ich habe dafür keine Anzeigung oder so, weil das ist halt recht selten, aber ich bedanke mich einfach mal bei den Leuten, die mir folgen, und ich hoffe auch, dass ihr meine Videos, äh, oder mein, mein Livestream, oder meine Livestreams in Zukunft auch schaut, nicht nur wegen The Walking Dead, sondern auch wegen mir. Das ist mir immer sehr wichtig, weil es bringt euch nix und mir nichts, wenn ihr mir folgt, nur wegen The Walking Dead, ähm, Episode, nee, Season 2, Episode 4 und 5. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich bei dieser Episode richtig zufrieden irgendwie. Die zweite Episode war nicht so richtig scheiße, weil mir gefiel, trotz dessen, dass man Kenny getroffen hat, sie irgendwie gar nicht. Und die, man hatte nicht so viele Entscheidungen, im Grunde wieder, aber trotzdem war es so eine, die Atmosphäre gefiel mir sehr, sehr viel besser und dieses Angespannte die ganze Zeit über plus diese Rache am Ende war so angenehm schön. Ich bin echt verdammt begeistert von dieser Episode, sie hat mir sehr gut gefallen. Naja, ähm, Karne ist mit der Hand, hätte ich die Hand abgehackt, wäre sie verblutet. Und das wäre nicht so schlimm, als wenn sie jetzt ein Zombie werden würde, weil wenn sie ein Zombie wird, ähm, dann hatten wir Probleme, weil dann kann sie Leute von uns töten. So ähnlich wie mit, wie mit, äh, Episode 2 war das, wo Ben hinzukam, oder? In, in Season 1, oder? Auf jeden Fall, da ist ja bei, ich glaube bei der war das, da kam Ben hinzu und da war das ja so, dass der eine Lehrer, ähm, dass der Lehrer von ihm vom Zombie gebissen worden ist und ich hab ihn dann halt, ähm, verarzten lassen von, von der Mutter oder so. Also, ich weiß nicht mehr genau wie das war. Auf jeden Fall hat der, wurde er total schnell zum Zombie und hat dann irgendjemanden gebissen. Ja, ne, Tod ist besser als Zombie, Karne ist. Ich hatte eine Frage, ähm, und zwar, wie ist die Mikrofonqualität? Weil das ist das erste Mal jetzt mit diesem neuen Mikrofon, was noch provisorisch hier aufgebaut ist. Auf zwei Büchern, einer Original, also dem Original-Karton vom Mikrofon und das Mikrofon hier so halb über dem Tisch. Ich wollte einmal kurz, ähm, ein Feedback dazu über diese Mikrofonqualität haben. Und jetzt, ähm, ein Feedback dazu über diese Mikrofon, wo wir uns jetzt mit dem Tisch, ähm, ein Feedback dazu über diese Mikrofon, das gefällt mir vor allem mattes hat kennt mich ja auch persönlich und er hat gesagt ich klinge mit dem neuen mikro so wie ich in wirklichkeit klinge was sehr gut ist weil dadurch hat man ja keine gefakte stimme sondern halt die wirkliche stimme was mir sehr gut gefällt weswegen ich mir auch das mikro ausgesucht habe weil ich gelesen habe dass es sehr realen sound haben soll also sound direkt wirklich so klingt und nicht irgendwie zu basselastig zu zu hoch zu tief und keine ahnung was und vor allem hat es auch kein oder kaum störgeräusche weil andere usb mikrofone haben ja sehr schnell irgendwie störgeräusche und so und das hier hat soweit ich gehört habe keine bis kaum welche und das gefällt mir sehr gut naja ich bin gerade echt ein bisschen kaputt nach dieser angespannten episode muss ich sagen ja ich bedanke mich einfach mal bei allen leuten die zugesehen haben ich hoffe es hat gefallen und ich werde jetzt diesen stream hier beenden da ich morgen wieder habe oder leider was heißt wieder egal ich gehe morgen wieder arbeiten und so ein kram und ja deswegen beende ich jetzt hier die episode die diesen live stream